wir bauen motoren hallo und willkommen zurück bei alea sagt kein wort mit spricht kein wort mehr mit uns fünfter teil night of the silence ja sei es ist warum hat er denn jetzt sechs motoren gemacht ach scheiß drauf sechs motoren jetzt hat er sechs motoren gemacht ich wollte eigentlich ja auch viele eigentlich nur fünf aber jetzt habe ich sechs gemacht scheiß drauf habe ich aufgemacht und alles jetzt alle ja schicken wir das mikro ein und aus und starte teamspeak noch mal neu dass wir alles leer machen das auswählen warum auch immer so ist die bildung aufgerüstet plastik und stoff nicht dahinten machen lappen brauchen wir nicht mehr neben lappen baue schon länger nicht mehr ist auch zu füllen ja ja das ist er mit bus oder so die muss vielleicht denn jetzt frisch einstecken oder im steamspeak mal einstecken welches mikro verwendet wird so das kann auch sein ja das stimmt alle karina geht doch schon mal gucken helfer deiner großen schwester ich dachte da hat mich ja die hat das mikro aus 100 pro ja auch in der pro die hat ja ja die katze mit einem kleinen schalter kannst du das mikro ausschalten weil sie es kann so was brauche ich noch engine mann viel kram engine kann ich nicht bauen engine da brauche ich master mechanic der information in der kiste mit den eisenplatten sind drei fallen maschinen drinnen sehr gut danke kostet ja kann einer von euch ist einer von euch master mechanic ich weiß dass alle er ist aber motor und bauern hat ja ja wenn du mir die sachen rüber gibt es kann ich auch nicht zahnräder plastik gummi eisen kopf war so gummi kann ich dir besorgen habe ich hier um die plastik die proche plastik eisenbahn habe ich bei warte hier sind eisenbahn und kupferbahn und sommer haben vor waren waren es nicht okay da anräder also muss ich mehr als ja ja wir hören dich aber du bist verzerrt ohne ende ja keine ahnung so jetzt ist gut jetzt wirst du gut das geht wir meinen wir haben durch mein kopf ja ich hab den jetzt gerade schrott gekriegt ja ganz bestimmt wer hat viel geld gekostet natürlich ist das die schuld ja du bist du das an meinem kopf gewillt ich war gerade fünf minuten dran als ich dabei hatte das MikroMens schon funktioniert wenn der raus nicht umbraucht also was willst du von mir nix der dirk baut schon die maschinen war zu schnell so ich hab äh da zwölf maschinen sind jetzt drin ne zwölf ja wir brauchen sie bestimmt auch nochmal irgendwann oder äh nicht fallen maschinen ich brauchte normale maschinen engines das hast du nicht gesagt doch was hatte ich gesagt es funktioniert doch wir hören sie doch ja die kann ich nicht bauen das kacke an die kann ich nicht bauen eine das wir gucken mal was weiter weg vom mund ja so ist besser so verzeihrt es weniger so könntest du mir bitte in der ähm in der werkbank äh achte wie heißen die sechs engines bauen engines engines hat irgendwas mit engel zu tun glaube ich jo haupt bitte wer 18 forschungsflächter für mich äh 18 da waren doch hier irgendwo noch drin in der letzten kiste rechts ganz letzte kiste rechts genau da tue ich immer die reste die ich habe rein ach so ich auch echt was sind 60 stück noch drin ach ich konnte so können ja ich bin nicht verklangert jeder klangst nicht engine sechs stück bräuchte von also nicht fallen maschinen engines die sind unter zweiten reiter ganz unten links ich bin ich hier auch richtig wo ich stehe ja sicher dass unten links ist nee guck mal ob es nicht unten rechts ist weil dann sehe ich es nicht also engines es steht engine dahinter alea da steht nichts ich sehe nichts von engines ja dann können wir keine pumpen bauen dann brauche ich erst mal wo es engines auf 500 forschungsmaterial brauche ich ja dafür nur jetzt habe ich gefunden kann ich aber auch nicht bauen na super also soweit zum thema ölpumpen ich habe keine masse mit kennig ja dann brauchen wir 500 forschung alea dann würde ich sagen werden die jungen hier bauen dann machen wir uns auf und besorgen von forschungsmaterial das geht doch auch anders wie willst du an 500 forschung forschungsblätter kommen aber wie viele blätter haben 60 waren es eben noch das sind mehr als 60 ich bin gerade schon die blätter hier einen sammeln ja aber dafür kriegst du keine 500 zusammen alea ach das ist mir auch bewusst ja boh boh ach so was musst du was musst du haben aber ich habe 54 500 forschungsblätter ich habe jetzt schon mal 54 brauche guckt man die noch mal bauen jetzt haben wir 96 schon mal da kann man die noch mal bauen das gibt's nicht warum kann ich die nicht anzeigen in der werkbank in der werkbank in der werkbank zweiter reiter denkt dran hoch zu scrollen ach ja wahrscheinlich das ist es ja das war es auch gut ich habe noch mal 49 versteckt guck mal dann haben wir jetzt schon mal über 100 ja 500 ist aber schon eine andere Hausnummer du dann brauchen wir 500 habe ich für 50 verbraucht gerade ja dann komm lass uns losgehen also das Bauprojekt überlassen wir euch haha ok was 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 bauen wir jetzt wir brauchen die Ölpumpen jetzt hilft ja nix beziehungsweise Öl ah doch das müssen wir haben meinchen warte habt ihr noch was was ihr vermisst außer Öl Nöööööö? Im Moment nicht. Also, für die Upgrade-Ballisten-Botzen kochen wir Eisenkammer. Baumstäme-Baumstäme. Haben wir genug Baumstäme? Äh... Ich geh' davon aus. Okay. Sie werden gleich erschlafen, Papa. Ah, nicht so negativ, Alea. Wie ist denn negativ? Ich hab alles weggemacht. Wo ist denn? Doch, direkt nach Speichern. Zu 2. Ah, wir pushen. So, ich hab Steine gefunden. So, wir brauchen Holz, Herr Söger. Oder haben wir noch genug? Hm, ich hab' ich schaue mal. Wir haben 300 Baumstämme, 350 Baumstämme, ne. Ah, er liegt. 350 Baumstämme, Äste brauchen wir zum reparieren. Kommand O, 1, 2, 3, 4, 5, 600. Da können wir aber noch 400 Baumstämme bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Ähm, sollte man der Weih einmal genug haben. Wann, das braucht man immer viel, ja. Pass auf, wenn Steine ist, Eisen haben wir genug. Eisenerz haben wir nicht so viel. Jetzt 220. Was heißt noch Eisen holen oder was? Ne, ne, ja. Ich hab' Eisenstand genug da und Eisenerz ist nicht so viel da. Wenn's Eisen siehst, einfach mitnehmen. Der Rest ist eigentlich, ist eigentlich da. Also, baust du das Ding und ich geh' sammeln oder was? Irgendwie machen wir das? Nein, das bauen wir miteinander. Wenn's okay ist für dich. Also, zusammen. Ja, ja, ich hab's verstanden. Also, miteinander, das verstehen wir auch immer. Okay. So richtig intim, ja? Hm. Ja, spricht nix dagegen, wenn wir ordentlich intim werden. Ach so, intim, nicht inner-team. Das ist so, glaub ich. Boah, das hat aber jetzt lange gedauert. Ja, richtig. Ich denk' so nicht. Ich denk' so nicht. Wie darf er dauernd? Kann ich nicht verstehen. Ich hab' doch gar nichts gesagt. Ja. Ich hab' die Armbrust auf sieben und mein Gewehr auch auf sieben. Nee, ich denk' nicht mehr. Das ist schon mal gut. Ja. Schweinschen. Boah, sind Schweinschen. Bei mir. Wieso ist Carina oben? Stimmt, das könnte auch sein, aber nein. Stimmt, das könnte auch sein, aber nein. Ich muss bei mir auch die Ochs, die Ochs, da müssen wir wieder nachatmen. Oh, das ist schon voll gut gelüstet. Kommst du dann nach, oder wie machen wir das? Geht's mit mir? Ja. Äh, ja, ja, ich bin jetzt möglich. Dann geh' ich schon mal, äh, Eisen suchen. Nee, nee, äh, wohin willst du denn gehen? Ich weiß, hier vorne irgendwo gucken. Ja, ja. Ich war so rechts und links mal gucken, ob da vielleicht irgendwo schon Eisen ist. Ja. Was haben wir denn da noch? Wo ist das nächste? Ja, super. Jetzt zählt das wieder an. Also, ich glaub' zehn Blätter sind ein Stück Papier, ne? Zehn Blätter sind einfach der wichtigste. Also, brauchen wir ja 4000 Blätter. Ihr braucht's gehen, ja? Mit der richtigen Waffe geht das... Verzweigt hab's in einer halben Stunde. Dein Optimismus hätte ich gern. Eisen. Dram oder Munition? Ne, nehm' ich mal drüben. 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 Wie, Aua. Ich hab' doch nur auf das Tier geschossen. Was? Ja, das Tier hat mich ja getroffen. Ich hab' doch auch nicht gelesen. Naja, das Tier hat mich ja getroffen. Du wirst aber auch nicht hin. Ich hab' auch nicht hin. Ich hab' doch mal drüben, also ich weiß mir also ich bin jetzt bei 130 von 4000 2000 wenn wir die hälfte richtig da hast allerdings auch recht sie was positiv die steinkästchen verwirrt auch ein guter steinkästchen naja dann brauchen wir die gleich oh fein muss das alles sein die holz holz haben wir genug platzen haben wir eine schrottkiste auch was für eine kiste wo nur schrott reinkommen nicht wirklich ne schrott wird weggeschmissen ok das ist die Käse sowieso da ich glaub ich will die Karte echt Karte 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 Armbrust und gewehrt zum Beispiel Der, ich gehe in den Nahkampf Ja, gut, wenn ich eine Puma angekomme, buchst du beide, ja, Scheiß Wo beide, so Also, so viel Eisen gips in der Ecke, aber nicht wahr Ah, nein, das und dann, er würde in der Kampfschnitte nehmen, das wäre gut Ja, ja, da geht's Komm, wenn ich Komm, wenn ich Komm, wenn ich Das, wie sie Ja, ja, ja Ja, das, wie sie Ich gehe, das, wie sie Ja, das, wie sie Ich gehe, die Dann, wenn ich mich nicht Dann, wenn ich mich nicht Gehe, das Gute Nacht, großer ich will aber noch nicht ins bett auch schlafen rolli nicht mehr wie viel wert da brauchst du hast gesagt 4000 200 ab 110 ich denke wir gehen mal wieder zur stadt runter und gucken dass wir da sachen ich stelle doch schneller zurück seit als er wollte mehr glaube ich nicht ist schon lehrmeister bei so viel forschungsmaterial was wir brauchen oder aber öl wieso ist so laut die gute handwerker benutzer immer klebewand alles klebe ein guter vater auch bekehrte trassen so sind jetzt die autos wieder respawn auf dem weg zur stadt mit wer ist ein wild schwein die sau alte die schwein und schwein und schweinsknochen mal schauen wir mal aus so war die ganze eisen gefunden haben eben letztes mal das war ganz am ende von der karte wo der flughafen ist als wir geflüchtet sind letzte woche da war doch auf dem weg zurück auf der anderen seite der straße ja da waren wir doch meint sie hier als wird im gefängnis waren weiter oben Ah, da hinten sind nur Autos, die nicht gelootet sind. Ein Glückspilz, also war ein Glückspilz. Eieieie. Ja, das sind Glückspilz. Eisen! Das war tatsächlich Eisen. Nee! Gibt es nicht. Drei Stück habe ich jetzt hier. Und? Ich bin halt noch nicht so weit weg gelaufen. Auch schon. Nee, ist doch schon alles gelootet. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn mehr. Nein, das Leben hat ein Ende. Ist auch gelootet. Also machen wir in welche Richtung gehen wir. Puh, ist mir egal. Geh doch eher lang. Ich habe jetzt 16 Eisenerze. Ja, ja. Also brauchen wir da mal 400. Ja, man muss erst finden, wa? Ja, ja. Ja, das war jetzt eine Polemik. Das war jetzt ein Scherz. Doch, guck mal, eher. Ja, ja. Aber... Das würde ich mir brauchen von dem einfach so viel. Weißt du? Boah, ich muss aufs Klo, Leute. Ich ende einfach mal mit der Aufnahme an der Stelle. Bis dann. Tschüss. Much information. Bis dann. Bis dann.